Wähle nicht das falsche Glücksrad-Auto-Version, Freunde! Wir können hier richtig krasse Autos, Flugzeuge und sonstige Sachen gewinnen, zusammen mit Buffalo. Hey! Und leider sind auch unsere bösen Zwillingsbrüder dabei, Andy und Flo. Hallo, was geht? Wir werden heute richtig gewinnen und alle eure Autos klauen. Genau! Und naja, das werden wir ja sehen und Hallihallo und Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, denn die, vergesst jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zeigte, wie du mit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Lass jetzt ein Like da, also einen Daumen nach oben und schreib einen süßen Kommentar, dann nenne ich dich im Video ein und schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, denn wir werden auf jeden Fall unsere bösen Zwillinge besiegen und dann verpasst ihr auch nicht, was für krasse Sachen wir bekommen. Und, äh, ja, Freunde, ich würde sagen, ich beginne als erstes, oder, Buffalo? Ja, das klingt fair, dass wir als erstes beginnen. Okay, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, welche Farbe könnte etwas Cooles sein, weil hier sind die Belohnungen, Freunde, in den Kisten und je nachdem, welche Farbe ich treffe, äh, kann ich mir dann eine Kiste aufmachen, Freunde und da können richtig krasse Autos sein, Lamborghini, Ferrari, ein Flugzeug, aber vielleicht auch nicht so gute Sachen. Deshalb würde ich sagen, ich probiere mal und... Und, ey, hehehe, Andy, was soll das? Warum hast du mich gehauen? Ja, du sollst nicht treffen, ich werde dich nicht treffen lassen. Nee, hehehe, hör auf, Andy, geh zurück, du bist gleich dran. So, nochmal. Und... Ja, hehehe, Andy, du wirst dich gewinnen. Oh, Freunde, Andy lässt mich nicht die ganze Zeit hier treffen, jetzt hör auf. Und... Ach, daneben, Freunde, nochmal. Und... Hör los, Andy, du triffst das. Und... Mann, Andy, hör doch auf. So, ich hab rot getroffen, tatsächlich, guck mal her. Das ist rot, ja. Ähm, nein, das war nix, Andy. Da, du hast nix getroffen. Doch, Freunde, ihr habt es doch selber gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, hab ich getroffen oder nicht. Also, ich bin der Meinung, ich hab rot getroffen und deswegen darf ich mir die erste Kiste aussuchen. Und zwar... Oh... Ein roter... Oh mein Gott, Freunde. Was hast du bekommen, Dandy? Guck mal, Buffalo. Einen Porsche 911 S. Alter Schwede. So, jetzt geh ich mal rein. Ich hab auch ein richtig cooles Kennzeichen. So, dann fahr ich mal eine Runde. Tschüss, Freunde. Ey, bleib stehen, Dandy. Ich will den Wagen fahren. Nee, so. So, Alter, Freunde, wir haben ein richtig cooles Auto. Das parke ich erst mal hier und dann gehe ich zurück. So. Andy, lass mich nicht alleine mit den beiden. Oh, ich komme, ich komme. Andy, du bist dran. Viel Glück. Ey, ich brauch kein Glück. Ich werde was Krasses bekommen. Glaubt mir da mal. Und... Gelb. Was wird wohl da drin sein? Oh, Freunde, was glaubt ihr, wird wohl in der gelben Kiste drin sein? Ich hoffe, nicht's gut ist. Wir wollen gegen unsere bösen Zwillinge doch gewinnen. So, dann guck ich mal. Mhm. Oh. Äh, was ist das denn? Okay, zeig mal her, Andy. Das sieht jetzt nicht so krass aus. Ein McDonalds-Auto. Oh mein Gott. Ah, was soll das? Ich will was Krasses haben. Oh mein Gott. Oh Mann, ich will echt was Cooleres haben. Was soll das, Flo? Wir wollen das doch hier gewinnen, Mann. Du musst was Krasses bekommen. Er hat nur ein Smart bekommen, Dandy. Und wir haben einen Porsche. Ich weiß. Wir haben was viel Cooleres bekommen. So, Andy, dann steck mal aus deiner Möhre da aus. So, ich würde sagen, Buffalo, du bist dran. Okay, Dandy. Welche Farbe soll ich probieren zu treffen? Ich weiß nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Rot habe ich einen roten Porsche bekommen. Du könntest natürlich grün für den Lamborghini. Vielleicht, weil Lamborghini sind ja meistens grün, Freunde. Sonst probieren wir für dein Glück. Hm, du hast recht. Ich probiere mal. Ihr habt keine Chance. Ihr habt echt keine Chance. Ach, Flo, sei ruhig. Flo, sei ruhig. Warum redest du überhaupt? Du hast die ganze Zeit nicht geredet. So, schweig. Und, was hast du getroffen, Buffalo? Ich glaube, ich habe grün getroffen. Grün. Guck mal, Freunde. Buffalo hat grün getroffen. Wie cool ist das denn? Was, glaubt ihr, für ein cooles Auto werden wir wohl bekommen? Weil grün bin ich ja auch. Deshalb muss es ja eigentlich cool sein. Okay, Buffalo. Und? Mach auf. Du wirst eh nie ein gutes Auto bekommen, Buffalo. Ne? Was? Ein Lamborghini? Das ist unfair. Ihr cheatet. Wir cheaten nicht. Alter, du hast echt einen Lamborghini bekommen. Oh mein Gott, Freunde. Wie cool ist das denn? Und jetzt lass mal eine Runde drehen, Dandy. Tschüss, ihr bösen, blöden Zwillinge. Ah, was soll das? Aua. Okay, jetzt ist Flo dran, glaube ich. Jetzt würde ich sagen, ist Flo dran, Freunde. Dann bin ich mal echt gespannt, was ihr wohl wieder zieht. Ein Burger King Auto oder ein Subway Auto. Buffalo, dein böser Zwillingsbruder Flo ist jetzt dran. Ach, der wird schon nichts Gutes treffen. Der ist genauso wie Andy. Der kriegt auch nur so ein Smart von McDonalds. Mal sehen, was er kriegt. Okay, Flo, dann viel Glück. Das wirst du sehen, wo Flo... Ich kriege gar keinen Smart. Ich kriege... Jetzt bin ich aber mal gespannt. Welche Farbe? Lila. Okay, Flo, dann hau mal raus. Was ist in der lila Kiste drin? Da wird das Beste drin sein, natürlich. Okay, und? Andy. Du wirst es niemals glauben. Was hast du gezogen, Flo? Zeig mal her. Ja, guck mal. Oh mein Gott. Ein Ferrari in Schwarz. Flo, du bist echt der Beste. Hehehe. Wir haben richtig coole Karre bekommen. Ja. Gott, Buffalo. Die haben was richtig cooles bekommen. Ich meine, wir haben einen Lamborghini und einen Porsche. Wir haben zwei coole Autos. Aber die haben einen Ferrari, Buffalo. Wir müssen auch was cooles bekommen wie einen Ferrari. Aber der Lamborghini ist auch schon cool. Aber... Ich bin jetzt dran, Freunde. Und ich werde uns was cooles ziehen. Glaub mir da mal. So, dann würde ich sagen... Oh... Buh, 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 buh. Ah, daneben. Ne, guck dir das an, Flo. Komm zum Kierdich. Komm her. Ja, die können gar nichts. Hehehe. Buffalo, keine Sorge. Ey, ich treff schon. Und... Grau. Grau ist doch keine coole Farbe. Hehehe. Das wird eh nichts cooles sein. Hoffentlich ist es was Gutes, Dandy. Freunde, was glaubt ihr, wird wohl in der grauen Kiste drin sein? Schreib es mal in die Kommentare. Dann werde ich mir das auf jeden Fall durchlesen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was in der grauen Kiste drin sein wird. Und ich gucke mal rein. Hehehe. Ihr werdet es alle nicht glauben, was in der grauen Kiste drin war. Hehehe. So. Dandy, was war da drin? Ihr glaubt es alle nicht. Aber ich habe... Einen Kampfjet bekommen. Bitte, was? Was? Einen Kampfjet? Wie, was? Wie soll das...? Ich dachte, das ist eine Autoedition. Tja, Andy. Ich habe wohl dann wohl das Lotto hier gezogen. Den Kampfjet. Oh mein Gott. Da fliege ich mal schnell eine Runde, Buffalo. Freunde, es geht los. Dö, 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 dö. Andy? Was ob... Tschüss. Mein Gott, wie schnell wir sind. Oh, mein Gott, Freunde. Wow, 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 wow. Alter, ist das schwer zu fliegen? Und wie fliegen... Alter, ist das schwer zu fliegen, Freunde? Nein, wir sind gestürzt. Nein. Und jetzt Boost. Komm, nochmal. Nein, Freunde. Ich bin so blöd. Und jetzt Boost. Yay. Ich komme jetzt wieder zurück. Und wie ist das Atomkraftwerk? Alter, wie cool ist das denn, Freunde? Einfach ein Kampfjet. Alter. Und jetzt gehen wir zurück zu Buffalo. Da ist Mount Muji. Und ich würde sagen, wir landen auf Mount Muji. Und... Oh, mein Gott. Oh, nein. Mein Karma-Kampfjet ist kaputt. Nein. Du musst aufpassen. Buffalo, Alter, das war so cool. Ich war gerade einfach auf dem Mond. Was? Auf dem Mond? Ich war richtig weit oben, ja. Oha. Alter, krass. Da will ich auch mal hin. Tja. So, Andy, du bist dran. So, ich bin dran. Ich ziehe uns jetzt auch in den Kampfjet. Das ist das, glaube ich, nicht. Ja, mach mal, Andy. Oh, blau. Okay, dann ist er genauso blau wie du, Andy. Dann hau mal raus, was du bekommst. Und? Äh. Hehehe. Wir haben was Cooles. Flo. Guck mal. Ein brandneuer Bugatti. Was? Wir haben was? Die haben einen Bugatti. Ich meine, ich habe einen Kampfjet gezogen, aber der ist auch jetzt kaputt. Das heißt, wir haben davon nichts. Äh, damit werden wir richtig cool. Alle Mädchen werden auf uns abfahren, Flo. Hehehe. Genau, wir haben jetzt einen Ferrari und einen Bugatti. Ah, Freunde. Es sieht so aus, als würden wir verlieren. Oh nein, drückt uns alle die Daumen. Lass jetzt alle mal ein Like da. Wohin fährt jetzt Andy? Flo, du bist jetzt dran. Okay. Ich werde noch was Gutes bekommen, Andy. Außer dem Flugzeug, wie die anderen. Okay, Flo. Komm schon, du schaffst es. Orange, Freunde. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Orange ist auch eine richtig coole Farbe. Und? Andy, du glaubst nicht, was ich bekommen habe. Was denn, Flo? Hau mal raus. Was hast du denn gezogen? Alter, was ist das denn für eine Karre? Alter, die haben einfach einen Mercedes gezogen. Damit kriegen wir... Du weißt schon, die ganze Stadt... Ich weiß, Andy. Wir haben richtig coole Autos. Wir haben auf jeden Fall aufgeholt. Okay, Buffalo. Du bist unser letzter Kandidat. Buffalo, du hast die letzte Farbe. Zieh uns was Cooles, okay? Ja, ich werde es schon schaffen. Andy, aber... Was ist, wenn ich da was Schlechtes rausbekomme? Buffalo, du musst an dich glauben. Alle gucken uns gerade zu, Buffalo. Alle glauben an uns. Oder, Freunde? Glaubt ihr an Buffalo? Okay, Buffalo. Alle haben jetzt ein Like gegeben. Das heißt, du wirst was Cooles ziehen. Okay, dann werde ich jetzt das Beste ziehen. Let's go! Boop, 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 boop. Und? Weiß. Weiß. Weiß ist ja an sich keine Farbe, Freunde, sondern ein Kontrast. Das heißt, es könnte auch was Cooles bedeuten. Und was hast du gezogen, Buffalo? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Zeig es mir. Und? Hier, guck mal. Das passt zu mir. Oh, das ist ein Oldtimer, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Aber ich finde es irgendwie cool. Das hat Stil. Es war kein Sportauto. Aber wir werden mit Stil jetzt abziehen, ihr bösen Zwillinge. Tschüss. Tschüss. Schleppt stehen. Wir brauchen Treibstoff. Tja, die haben keinen Streibstoff, Buffalo. Das heißt, die können ihre coolen Autos gar nicht benutzen. Und, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst jetzt ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Schaut bei Buffalo vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.